Willkommen zum zweiten Metamatch mit Sprite, aber wie angekündigt diesmal nicht Sprite Brunix, sondern Sprite Tribrigade. Ja, das hier ist 1 zu 1 die Liste, die ich und zwei Freunde in Utrecht gespielt haben. Wir drei haben Card4Card die gleiche Liste gespielt, ein weiterer Freund, der mitgekommen ist, hat auch Sprite Tribrigade gespielt, aber hat ein bisschen eine andere Liste gespielt. Genau. Der Grund quasi, warum wir die Liste so gespielt haben, wir hatten den Eindruck, dass Sprite Tribrigade mit das beste Deck ist für das Event. Grund dafür war einerseits, dass wir nicht auf dem Schirm hatten, wie Broken Runic ist. Den Metacall hatten wir einfach verpasst. Wir hatten davor mit Sprite Runic ein wenig getestet, aber nicht mit der optimierten Version, mit der Joshua Schmidt das Ding dann gewonnen hat und waren uns daher nicht ganz bewusst, wie Broken das eigentlich werden kann, wenn man die Liste quasi auspfeilt. Wenn man zu wenig Runic-Karten spielt, kostet es dich einfach nur eine Battle Phase und du hast ein paar wackige Interaktionen. Man muss wirklich so viele Runic-Spells spielen, dass sich das lohnt und darauf waren wir halt wie gesagt nicht gekommen. Genau. Tri hat quasi den Vorteil, dass das First-Turn-Board so gut wie nicht gebrochen werden kann und du Go Second genügend viele Möglichkeiten hast, Boards zu brechen. Das Handtrap-Line-Up mag ein bisschen weird anmuten. Wir waren darüber eingekommen, dass Gamma eine sehr gute Karte ist. Zwar nicht unbedingt gegen Tierlament, aber gegen alles andere ist Gamma sehr, sehr gut. Und die anderen Handtraps waren, ja, wir wollten halt Ashes spielen, aber nicht drei Stück, weil nicht, dass man auch so den zwei davon auf der Hand hat. Wir wollten drei Impyms spielen, deswegen sind auch drei drin. Crow ist in dem Deck extra gut, weil es quasi ein Extender ist, weil du Crow für Keras abwerfen kannst, damit er sich specialen kann, weil Crow halt eine Wing-Beast ist. Und die anderen Slots haben wir dann mit zwei Nibiru, zwei Vailer aufgefüllt. Nibiru, gleiches Argument wie Ash, ist Once-Per-Turn und unserer Meinung nach nicht besonders impactful. Deswegen auch nur Two-Off. Side-Deck, wir waren uns darüber eingekommen, dass Sanktum Sense, die beste Go-First, du skippst den Turn-Karte, die skippt, ist in dem Deck okay, weil wenn du Scythe-Hard-Draw hast, kannst du sie mit Ferrigid oder Beer-Broom unters Deck legen. Und wir waren uns relativ sicher, dass Ash nicht wirklich im Format ist, womit wir auch recht hatten. Also das heißt, Sanktum resolved immer. Und Scythe resolved ebenfalls eigentlich immer, weil in der normalen Full-Kombo liegt ein Double-Dragon-Lord daneben, der quasi dafür sorgen kann, dass Scythe sämtlichen normalen Interaktionen wie Droplet oder so dodgen kann. Weil du sie einfach in Response weglegen kannst mit Double-Dragon-Lord. Genau, das restliche Side sollte relativ selbsterklärend sein. Wir hatten Angst vor Backrow, deswegen Crab-Load an Backrow-Hate. Appointer als weitere Going-First-Karte, weil Appointer einfach Spiele gewinnt. Hat sich übrigens dann rausgestellt, dass der Appointer kein guter Call war, aber dazu komme ich gleich. Extra Deck war basically, wir waren uns über 13 Slots einig, nämlich quasi über alles, außer ganz links Mannequin Cat und ganz rechts Lightheart. Das waren die beiden Slots, über die wir debattiert haben. Der Ginbuster muss sein. Man kann stattdessen auch theoretisch Melfi of the Forest spielen, aber eins der beiden musst du spielen. Mit der Begründung, wenn man Shifter kassiert, muss man mit den Sprites irgendwas bauen können, beziehungsweise wenn man die Tri-Brigades schon aktiviert hat, dann kann man mit den Sprites nicht mehr linken, weil die sind keine Beast, Winged Beast oder Beast Warrior. Das heißt, man muss irgendeine Exis haben, was man mit denen bauen kann, proaktiv. Und das ist halt entweder Ginbuster oder Melfi of the Forest. Melfi of the Forest würde aber bedeuten, dass man einen weiteren Brick spielen muss. Deswegen haben wir uns für den Ginbuster entschieden. Weil passiert eigentlich eh nie, dass du das bauen musst. Von daher lieber die schwächere Interaktion, anstatt den Brick zu spielen. Lightheart war für Edge Cases, habe ich im Turnier nie bauen müssen. Der ist quasi dafür da, wenn du ein Kit oder so hast und dann dein Fractal direkt geashet wird, dass du trotzdem spielen kannst. Dann brauchst du Lightheart. Aber wie schon bereits gesagt, Ash ist nicht wirklich im Format. Fractal resolved eigentlich immer. Das heißt, du hast eigentlich immer mindestens zwei Namen im Grave. Wann immer du also Lightheart bauen müsstest, kannst du auch Fairy Jet bauen, um zu spielen. Von daher, ja, das Extra der Karte aber gepasst. Die einzige Karte, die ich jemals vermisst habe, war, in einem einzigen Duell hätte ich einen dritten Elf gebraucht. Das war es aber. Oder irgendein anderes gutes Link 2, aber realistisch gesehen in den dritten Elfen. Von daher, ja, das war wie gesagt ein einziges Duell, wo der mal ganz cool gewesen wäre. Und das hätte man wahrscheinlich auch anders spielen können, dass er mit zwei Elf längs kommt. Matchups? Ähm, es ging gut los. Ich, äh, Runde 1 gewonnen gegen Tier. Runde 2 gewonnen gegen Phantom Knight. Warum auch immer da jemand mit Phantom Knight rumläuft. Runde 3 wieder gegen Tier Lament gewonnen. Äh, Runde 4 gegen Eldlitch, Branded, Trap, Stun verloren. Das Game hätte ich aber in Time gewinnen können, ähm, wenn ich ordentlich mitgedacht hätte, beziehungsweise war quasi das Problem gewesen, dass, äh, vor dem Timer-Plakat, Leinwand-Dingens, wo das drauf projiziert war, standen ein paar Leute, die mit ihrer Runde schon fertig waren, sodass ich's nicht gescheit sehen konnte. Und deswegen dachte ich, wir hätten noch eine Minute mehr auf der Uhr, als wir tatsächlich hatten. Das war dann ein bisschen blöde. Ähm, genau. Dann Scareclaw-Tier wieder gewonnen. Math-Mech verloren. Da konnte ich nichts machen. Der Typ hatte einfach besser. Dann gegen Drytron gewonnen. Dann die 8. Runde gegen Plants verloren. Auch das hätte man aber gewinnen können. Und dann stand ich 5-3 und bin gedroppt. Ich hätte mit 5-3, beziehungsweise mit 6-3, wenn ich die letzte Runde noch gewinne, hätte ich Takt 2 spielen können, hatte ich aber keine Lust drauf. Bin dann bei 5-3 gedroppt. Äh, ja. Soviel zum Turnier. Ähm. Genau. Mit dem Wissen, was wir jetzt haben, können wir allerdings eventuell noch ein, zwei Karten im Deck umbauen. Ist aber meines Erachtens nach kaum nötig. Gibt's in dem Deck nicht mit Mannequin-Cat ab. Von daher... Also außer gegen Math-Mech, aber gegen die beschwörst du Scythe hoch. Ähm. Das kann man machen. Ähm. Wir können... Das Einzige, was man machen könnte, wäre den Chaos-Hunter reinzupacken, statt... I guess... statt Appointer, weil, wie gesagt, der war... Appointer war mehrere Male awkward, weil ich quasi die Handkarte nicht mehr zum Vorzeigen hatte. Also ich hatte dann quasi die Wahl, Appointer runterzusetzen und... eine gute Interaktion wie Imperm, Smashers, Revolt oder so auf der Hand zu behalten oder... Appointer halt nicht runterzusetzen. Und das war awkward. Von daher... Machen wir es jetzt mal so. Dann schauen wir mal. So, und wir spielen gegen Verdammter Typ. Genau. Und um, äh, seine Frage auch nochmal... Also die Frage von Verdammter Typ auch nochmal in der Aufnahme zu beantworten. Ähm. Ich hab mir ehrlich gesagt über das Darkwing Blast-Format, was wir ja... Wann wird die auf... Wann wird dieses Video live gehen? Donnerstag? Donnerstag. Freitag? Oder? Nee, Freitag. Donnerstag. Nee. Egal. Ja, weil wir hatten ja am Montag nicht. Wenn das Video online geht, ist Darkwing Blast bereits raus. Ja. Ähm. Und wir spielen gegen Sprite, nehme ich an. Ähm. Also pure Sprite in irgendeiner Form. Und, äh, da ist Darkwing Blast auf jeden Fall schon draußen. Die Frage war bezüglich Darkwing Blast-Format. Das Format interessiert mich ehrlich gesagt nicht wirklich, weil quasi in zwei Wochen, also 4.5. November um den Dreh, kommt, äh, Magnificent Mavens raus mit dem Ishizu-Gedönse. Und dann gibt's wieder ein Shift. Branded Tier. Ähm. Okay. Genau. Da kommt, da kommt halt Ishizu-Gedönse raus. Und dann, ähm, und die Weißers Dortmund wird auch in dem Format stattfinden. Das heißt, ich werde für das reine Darkwing Blast-Format, damit werde ich mich nicht wirklich beschäftigen. Ich werde mich direkt mit dem Ishizu-Format beschäftigen. Vor allem, weil die nächsten Meta-Matches sind ja auch schon erst dann, erst mit dem Niffen sind wieder dann stattfinden. Hat der gerade einen Jet genormelt? Äh, sah so aus. Okay. Ähm, und der Prosperity hat was geedit? Äh, die Enchantress. Ah ja. Okay, ähm, ja, suchen darf er natürlich. Wir können keinen Impul auf das Ding schmeißen, leider. Genau, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie er spielt. Wenn er jetzt Griffen specialt, ähm, überlegen. Wenn er jetzt Griffen specialt, dann noch ein Sprite specialt und dann ein Gigantic geht. Boah, das wird jetzt interessant. Ähm, ähm, woher ist die Sprites? Blue Resolved. Äh, Resolved. Warte, Resolved. Auch? Den Griffen können wir eh nicht verhindern. Boah, ist das awkward. Kein Widerspruch. Wir halten mal A gedrückt. Wir können halt Nibiru into Impa machen, das würde funktionieren. Ja. Okay, ja, machen wir jetzt. Halten auch nicht. Jetzt. Ähm, warte, nein. Wir warten, bis er Gigantic triggert. Und dann in Response. Okay. Weil dann, damit der Effekt raus ist. So. Jetzt. Chain Nibiru. Chain Griffin, Chain Impa. Nicht ganz so Nibiru-proof wird. Würde sich als Kosten reinmischen. Das wäre eine andere Story, aber ist nicht. Wir haben einmal aufgeräumt. Der Nibiru wandert bitte nach ganz rechts. Ist okay, ja. So, der Token müsste scheiße groß. Äh, der Token wandert bitte in die Mitte. Der Token wandert bitte in die Mitte. Er sollte auf jeden Fall groß genug sein, dass wir ihn mit dem Effekt kaputt machen müssen. ja, wir oben an den packen, kann er eh nicht angreifen. Der Token hat mindestens 4,8 hinten, ne? Ja. Ja, aber vorne hat er nicht viel weniger. Ja, der hat ja, der hat fett vorne und hinten. Also legen wir ihn einfach in. Ich glaube, er sollte hinten ein bisschen mehr haben, aber es ist nicht in einem relevanten Maß. Oder? Ja, wir rennen ihn nicht drüber. Sogar vorne wäre ich so ein bisschen vergessen. Okay, und da ist der Turn Pass. Jupp. Genau, also er hätte quasi auch zuerst Red Specialen können, bevor er das macht, aber das Problem ist, das bringt ihm gar nichts, weil dann machen wir trotzdem Imperm Nib. Also, und entweder er negiert Nib, indem er Gigantic wegtributet, dann be my guest, dann resolft er Gigantic nicht und das Bordescheiß ist suboptimal. Ne? Also so oder so, er hat da die Wahl zwischen Pest und Cola an der Stelle. So, okay, wir fangen mal an mit einer Tanki und fragen mal ganz lieb danach. Wir wissen keine von seinen Handkarten außer Red. Ja, die anderen kennen wir beide nicht. Genau, so, wir hätten gerne Fractal. Ja, der ist okay, super, dann normalen wir jetzt Kit nach ganz links. Dann specialen wir Jet neben den Nibiru. Man muss hier ein bisschen mit Zonen aufpassen in dem Deck. Dann würde der Jet gerne mal angeln gehen. Weil man gucken muss, wo der Elf hin zeigt und so weiter. Genau, der Elf würde sich gerne mal so, warte, jetzt müssen wir an diesem Punkt überlegen, wie wir den Nibiru Token wegräumen. Also Smashers wäre eine Option, wenn wir keine andere haben. Richtig, aber ich glaube, wir nehmen Starter. Ja, wir können auch immer noch bei Omo und sowas gehen. Wir kriegen das auch so hin. Wir haben ja noch ein paar Karten extra Deck, die wir jetzt können. Ja, zur Not bauen wir später einen Double Dragon Lord, der kriegt 10. Ja, okay, das wäre dann die letzte Möglichkeit, aber ja, das ging ja auch, schätze ich. So, wir könnten jetzt ähm dumni 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 dumm Wir gehen jetzt mal in den Elf. Oder? Oder gehen wir in den Gigantic, nicht, dass er Nibiru hat. Ich meine, Gigantic wäre das Safeplay. Weil er kann nicht Nibiru im Pum haben. In Gigantic zu gehen macht, sorry, in Gigantic zu gehen macht keinen Sinn, weil wir haben äh, nee, okay, dann machen wir jetzt Starter für Blue für Red und beschützen uns dadurch vor Nibiru. So, äh, die Frage war quasi, ob wir versuchen, für einen Link 4 zu gehen, aber alle Möglichkeiten, für einen Link 4 zu gehen, sterben an dem, sterben an Nibiru. Und das muss ja nicht sein. So, und Red. Genau, für Red, dann Special Red, und so, jetzt gehen wir mit, äh, Blue und Jet in Gigantic. Genau. So, Blue und Jet. Äh, nach rechts. Genau, nicht in die Extramonster, so. Nee, klar, da muss ja die Monster hingleichen. Und dann würde der Gigantic mal ganz lieb fragen, ob der mal darf. darf. der darf. Damit hat er nicht gerechnet. Oh, nehmt man doch. Dann hätten wir gerne einen Eras. So. Dann würden gerne Gigantic und Kit in Elf gehen, in die linke Extramonster Zone. Dann würde gerne der Kit mal ganz lieb fragen, ob er mal was reinlegen darf. So, du noch nicht. Und dann würde gerne der Elf mal bitte sich anketten und ganz lieb fragen, ob er den Kit reviven darf. Und zwar nach rechts muss der Kit, damit die Zone frei bleibt. Genau. Okay, darf er. Wir legen dann mal einen Nerval rein und der Nerval würde dann gerne mal angeln gehen. Der würde gerne der würde gerne das nächste Kit angeln gehen. So. Dann würde der Kit gerne mal für zwei Ah, ne Quatsch, wir haben gerade nur einen drin. Da würde er gerne erstmal Fraktal was reinlegen. Ja, das macht mehr Sinn. So, ist alles schon raus, also ist egal. Ne Didi Crow. So. Dann würde gerne der Kit mal für zwei gehen. So. Was anderes darf er ja eh nicht. und tschüss, keine Ahnung, Fractal, ich glaube es ist Nerval. Aber es ist relativ umpe. Den Fractal können wir ja nicht mitbewerben mit elf. Ja. So. So, jetzt noch kurz überlegen, haben wir eigentlich Kill. Wenn wir jetzt für Double Dragon Lords gehen würden. Das sollte gut sein. Drei, sechs, Kill. Kill. Ja, Double Dragon einfach. Ja. Double Dragon, dann legt Double Dragon Lord, dann gehen wir Battle Phase. Dann in der Battle Phase legt Double Dragon Lord die Tanki weg. Das war ein Zungenbrecher. So, Schuss Token. Ja. Äh, Rums. Die dürfen alle direkt angreifen, gut. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wann sich irgendwann doch eine Restriction versteckt. Am besten jetzt erstmal mit den ganzen Zweiern, dass wir die nachher weg tributen können für Red. Vor dem Fall, dass jetzt noch irgendwas Lustiges kommt. Das wäre indeed nass. Aber ja, tatsächlich ist das umbringen mit dem Deck immer eine Sache. In dem Fall ist es natürlich einfach, weil wir Nibiru haben. Aber ohne Nibiru muss man echt schauen, wo man bleibt. Ohne Nibiru hätten wir gar nicht mal so viel Attacke auf dem Feld gehabt. Der 3K-Stock, der einfach so kommt, ist halt schon eine Ansage. Ja, im ersten Zug, also gerade wenn du dich im ersten Zug mit, also eigentlich, sobald du dich mit in die Link-Rang zwei Monster beschränkst, ist es sehr schwer umzubringen. Außer du hast den Runics. Nee, das geht eigentlich nur, wenn du mit elf oder so den baust. Was auch passiert, aber ja. So, also, Adventurer. Da bringt Evenly tendenziell weniger, außer wir kriegen den Griffin rausgebaitet und wenn der intelligent ist, passiert das nicht. Pankratops ist eine gute Karte, der zweite Smasher ist eine gute Karte. Wir wollen Nibiru wahrscheinlich nicht haben, weil Nibiru funktioniert nur in Kombination mit Ash oder mit Vayler oder Impirm. Oder wenn er halt nicht mit Adventure eröffnet aus irgendeinem Grund. Genau. Der Ash ist gut, weil wenn der ja, Ash ist okay eigentlich. Andere Sache, ich hatte es mal wieder vergessen auf Speichern zu drücken, aber macht gegen ihn Appointer Sinn? Nein, wir gehen ja Second. Ja, aber nicht mal dir so generell, theoretisch. Nein, 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 weil Appointer hat ja gegen ihn das gleiche Problem wie gegen jedes andere Deck. Du hast die Handkarte oftmals nicht. Na gut. So, okay, wir, ich denke, also, was wir immer rausgetan haben, ist quasi eine Tankie, weil wenn du Second gehst, hast du sechs Handkarten und es ist nicht so wichtig, das zu ziehen. Krows gegen ihn kannst du auch anzünden, die können auch rausfliegen und dann können wir noch drei Cosmics spielen, weil im Normalfall liegt da immer irgendeine Backrow unten. Wahrscheinlich, ja. Da eben war keiner, aber das eben war nicht der Normalfall. Lieber sicher gehen. Ja. Und wie gesagt, die bringen mehr als Crow. Äh, ship it. Ich meine, theoretisch kann ein Rogue mal random eine Sorceress verhindern, aber ansonsten. Ja, aber was sind die Ords, dass eine Sorceress im Grave landet? Da habe ich lieber die Ash, um die einfach zu negieren, wenn sie von der Hand verbannt wird. Direkt mit Starter. Ja, das machst du halt, um Vailer und so rum zu spielen. Ja, ist ja legitim. Den Jet hat er. Smashers oder ist nicht der Starter? Jetzt weiß er vermutlich, dass wir eine Imperm auf der Hand haben, weil Ash wäre auf Starter gekommen und Vailer können wir nicht gehabt haben. Also wenn er intelligent ist, sucht er jetzt Carrot, Blue ist okay. Sehen wir gleich, was er sucht. Wir hoffen einfach, dass er jetzt sehr gut hat er mitgedacht. Aber er braucht jetzt trotzdem noch einen extra Stock. Ja klar. Wenn er jetzt einfach nur Carrot special und dann in Gigantic geht, dann hat er nichts gekonnt. Nee, weil er dann den Imperm einfach macht, bevor er Gigantic aktiviert und dann muss er den Carrot Tributen für, muss er den Gigantic machen will und dann das Ziel auch erreicht. Wobei ich fairerweise auch nicht weiß, was dieses Deck überhaupt mit Gigantic aus dem Deck holt. Okay, aber in den Imperm frisst er sich gleich trotzdem, wenn er den aktiviert. Jo. Oder halt, wenn er jetzt Carrot specialt, nee, macht er nicht. Ja, ne, Imperm. Weil, ja, ich weiß zwar gerade nicht, was er im Deck hat, aber ich habe auch kein Problem damit, es nicht rauszufinden. So. Und jetzt denkt er vielleicht doch, dass wir ein Büro haben. Weil er hat ihn ja schon gesehen. Naja, das, also, also, Gigantic, ah, das hätte er aus dem Deck holen wollen, er spielt die Frösche, okay. Dann gut, dass wir da Imperm geschmissen haben, sonst hätten wir jetzt einen Totally Awesome an der Backe und das muss ja nicht sein. Nee, das war gut. Aber den haben wir jetzt trotzdem an der Backe, aber jetzt haben wir nur einen, nicht zwei. Nee, doch, wir haben ein volles Brett an der Backe. Achso, wenn er es so rum macht, ja, aber dann haben wir kein Ding jetzt hier. Kein Carrot an der Backe, ja. Okay, Frösche ist jetzt natürlich trotzdem ein Problem. Ja, dass er einen Senna Swaps Hard Draw hatte, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Okay. Äh, Ding. Er hat noch kein Gamma gesehen, es muss also nicht sein, dass er um Gamma rumspielt. Ich meine, wir haben kein Gamma. Ja. Ich überlege nur gerade, ob wir quasi erst, also ob wir quasi für Normal Red Special, Blue Special Jet gehen oder ob wir für, ähm, oder ob wir für Fraktal, wir gehen für Fraktal. Activate natürlich. Ja, klar, wir haben ja nichts im Friedhof, was wir mit dem Banagen wollten. Schauen wir mal. Und wir wollen irgendwie noch so Stufe 2 auf dem Feld kriegen, wenn wir die hier benutzen wollen. Jupp, da ist die Toad. Passt. Frosch zurück. So. Äh, dass wir uns drüber unterhalten haben. Jetzt normeln wir Red. Dann wird er wahrscheinlich on Summon, ähm, die Toad zurückholen. Alles andere macht wenig Sinn, ja. Jo. Äh, ja. Mhm. So. Dann machen wir jetzt. Hier ist Jet, oder? Dann machen wir jetzt Special Jet Effekt, ja. Äh, ja, bitte. Im Idealfall macht er jetzt Toad anstelle von, ja. Dann können wir jetzt in Respawns, oh, ich kriege gut den von der Hand, in Respawns Smashers machen und den Red banischen. Weil der kann nur Monster negieren. Weil der fliegt jetzt so und so weg. Dann, Maltiswell nutzt den. Weil wenn wir Red machen, schickt er seinen Weitern. Wir haben gerade nichts, nee, pass auf, pass auf. Wir machen jetzt, warte mal, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt unseren Red machen. Chained er seinen Red an. Und dann haben wir nichts mehr. Aber wenn wir Smashers machen, ist der auch weg, der ist weg, der kann noch, wir haben den Blue noch. Wir haben nichts im Grave. Echt nicht? Wir haben doch nur Fractal und Imperm im Grave. Ach, das ist die Imperm, das war die Imperm. Ah, shit. Wir müssten den Blue von der Hand banischen. Ah, ich, 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 shit, ja, ich dachte, wir hätten einen Starter gehabt. Nee, shit, das war die Imperm. Okay, dann müssen wir Red machen, auch wenn es kacke ist. Oder wir lassen einfach durch, das geht natürlich auch. Nein, das Resolved, also von das hier muss Resolven. Oder wie jetzt? Nein, der Tod Resolved. Ja, meine ich ja. Wir lassen es durch, wir lassen es durch, meine ich ja. Ja, ja, den hat er. So. Wissen wir, wissen wir, ob er da unten Smashers liegen hat? Er hat es sich nicht gesucht, glaube ich, oder? Das war vorheriges Ruhl noch, oder? Nee, er hat es nicht gesucht dann. Er hat es sich gesucht. Ja. Okay. Dann specialen wir jetzt trotzdem Blue und aktivieren den. Ich meine, machen jetzt Alternative. Ja. So, Red. Red. Nee, kein Red. Carrot. Special Summon. Special Carrot. Denken. So, okay. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, wie es jetzt weitergeht. was haben wir alles noch mal extra könnten. Also mal angenommen, wir würden jetzt einen Gigantic holen. Dann kann er auf den seinen Red schmeißen oder hier das Dingensier. Das Meshers. Sagst du eigentlich offen, oder? Ja, das Meshers ist halt das Problem. Weil wir könnten jetzt zwar Mannequin Cat bauen, theoretisch, und dann über über Red drüber laufen, also das zumindest versuchen. Aber dann macht er halt Smashers. Und wir haben auch nichts aus dem Defekt hat, dass wir dem fertig werden würde, ne? Tough Spot. Also wir können Mannequin Cat versuchen, aber dann fressen wir den Smashers halt garantiert. Ja. Das ist ja alles nicht genug Attack. Ich mein, Elf wird genauso den Smashers fressen. Ich seh nicht, wie wird er durchkommen. Weil der kann, also außer, doch, eine Sache geht, wenn wir Gigantic holen und er nicht direkt uns haben in Smashers schmeißt, sondern es verpennt, weil dann können wir den aktivieren. Er macht Red, wir machen unseren Red, aber dann ist der Gigantic ja schon aktiviert worden. Ne, das funktioniert so nicht, weil Red muss ja ein Material erfolgreich abklemmen. Ach ja, stimmt. Ich weiß nicht, dass das keine Kosten sind bei dem. Dann ist es so, ne, dann seh ich nicht, ne. Dann ist das, ne, das wird nichts. Schade. Ja. Dann gehen wir Game 3. Ja, der 4-Shard-Draw war einer zu viel. Der 4-Shard-Draw war unlucky, Okay. So, aber jetzt gehen wir first. So, wir hätten gerne Sanctum Scythe. So, du kannst raus. Die, ja, die Cosmics können natürlich alle raus. Gamma Driver geht raus. Ja. Ähm. So. Die Tanki kommt wieder rein. Ähm. Kommt Crow wieder rein? So, wir hatten von ihm keine Handtraps gesehen, also kann er Bisher nicht, ne. Äh. Dann Shear Crow nip wieder. Oder, ne, die macht keinen Sinn. Wir können nach Pointer reintun, weil, ich meine, das hast du nicht gespeichert, jetzt können wir es auch reintun. Ich meine, Chaos Hunter wird uns gegen ihn auch nichts bringen. Und dann können wir tatsächlich Nibiru reintun. Und eine Crow, oder? Äh, ach so, wir können noch eine, oder? Oder macht es denn Cosmic reinzutun, um seinen Ride abzuschießen. Journey, aber, ja. Journey, ja. Es fällt genau da gegen uns und sonst nix. You know what? Wir tun drei Cosmics rein und schmeißen Nibiru raus. Und, dann machen wir mal Side-Deck Incomplete. So, wir gehen first. Das funktioniert. Fangen wir mit dem Klassiker an, würde ich sagen. Nein. Wir fangen an mit Normal Kid Special Blue. Normal Kid ganz links. Ähm, Special Blue ganz rechts. Der würde gerne mal. So, dieses Mal Handtraps oder wieder keine? Shifter! Ja, gut, dass wir für den, Contingency-Masher drin haben. Ähm, das macht das Board jetzt natürlich schwerst mehrfach awkward. Dann gehen wir jetzt Thread suchen. Äh. Würdest du machen. Die haben immerhin immer was senkte. Dann gehen wir Dead Specialen. Äh, Jet geht Starter suchen. Ähm, wir Specialen Rat bauen Gin Buster. Ähm, ähm, geht nur mit den beiden, weil der braucht zwei Darkness-Monster. Ähm, Gin Buster ruhig in der Tag. Ja, der hat bei den beiden Seiten keine Stats, also. Nee. Äh, und dann Set, wobei, Tanky können wir eigentlich, nee, Tanky aktivieren wir mal nicht. das weiß der noch nicht, dass wir die haben. Wir setzen, wir setzen drei. Also zwei auf jeden Fall. Drei. Wir setzen drei. Ich meine, der Plan ist gerade eh, dass wir das Sanktum umdrehen und er, und er Pass macht. Im Idealfall. Das ist Plan A, ja. Und wir haben immerhin Red, um das Sanktum zu beschützen. Ja. So, dann go. Go. Wir warten natürlich, bis er, ähm, eine Karte aufs Feld committet. Ja, Nicht, dass wir noch ein Gamma fressen oder irgend so was. Wir noch warten, bis er zwei aufs Feld kommen, bitte theoretisch. Schauen wir mal. Ja, mal gucken, was auch, mal gucken, wo man da anfängt. Wenn er jetzt Battle Phase gehen wollen würde, äh, lassen wir ihn in die Battle Phase und machen dann Start Step Battle Phase ist, äh, oh, hi. Spell Traps, ja gut, dann. Äh, Chain Link 1, Starter, Chain Link 2, Sanktum. Hab nicht mal gezuckt, okay. Na dann, Hallo Scythe. Genau. Und, äh, Starter würde sehr gerne für, Blue, äh, Blue, oder? Für Blue, nein, für Jet, für den nächsten Starter. Äh, stimmt, das macht mehr Sinn. Starter singt es auf dem Feld, hat was wir jetzt kaputt machen konnten, mit dem Sanctum. Unsere eigenen Karten wollen wir nicht kaputt machen. So, äh, nö. Ne, das bringt nichts. So, Starter. Mhm. Und der braucht, und der will nicht ans Extra Deck. So. Und wir haben noch einen Negate von Gin Buster. Äh, hat er. Jo. Ja, also er kann jetzt natürlich trotzdem spielen, weil, ja klar, die Adventure Engine klappt ja trotzdem. Genau. Wir müssen dann mal gucken, wo wir Red Negate werfen. Und wo wir Gin Buster Negate, äh, Gin Buster Negate werfen, wie so schnell es geht. Aber er könnte jetzt auch einfach Battleface gehen und über einen von den beiden drüber rennen. Okay, geht erst mal suchen. Also wenn er jetzt das Griffin aktiviert, frisst sich das in Red. Ähm, ich überlege gerade, frisst sich das Red oder frisst sich das Gin Buster? Ja, gut, Gin Buster zerstört nicht. Richtig. Dann hält, dann hat er ihn einfach in der Hand und kann ihn dann im nächsten Zug holen. Richtig, und das ist ein Quick Effect, sprich in unserem Zug. Ja. Äh, das ist auch Special zusammen. Die zum Specialen. You know what? Wir Gin Bustern das. Jo. Gin Bustern wir das. das Gin Bustern wir, weil sonst geht er Battleface und rennt über Gin Buster und Red drüber. Ja, guter Punkt. Ich meine, wenn er mitdenkt, würde er trotzdem erst über Red drüber rennen. So, wenn er jetzt Griffin aktiviert, machen wir Red Tribute und Gin Buster. Okay, er normelt das. also der einzig korrekte Move ist jetzt Battleface zu gehen und über Red drüber zu rennen, bevor er Griffin Rider in der Hand zündet. Oder zumindest eben Gin Buster damit. Achso, ja gut, das geht auch. Ja, wenn er was bouncen will, dann be my guest. Also wenn er jetzt den Red Bounce beklage ich mich mal sowas von überhaupt nicht. Weil den muss er drüber rennen, dass der weg ist. Also jetzt ist der korrekte Move über Kid und Red drüber zu rennen. Und dann nichts zu bouncen, weil egal was er bouncet ist, bringt ihm nichts. Warum? Ja, dann mach ich's Maul zu. Gib her die Karte. Hammer den wieder. Der war so greedy auf den Griffin Rider, dass er dieses blöde Play jetzt gemacht hat. Holy shit. Ich, also. Der hat doch eh keinen Leafel. Also mein Play wäre jetzt wie gesagt gewesen, über Kid und Red drüber zu rennen. Kid, weil damit's gebändischt wird und wir das nicht haben. und dann Griffin Rider Specialen. Ähm. In Death, natürlich. Ja klar, weil er kann nicht mehr angreifen. Dann müssen wir nächste, weil dann hat er, weil dann haben wir erstmal nichts, weil er nen, weil wir haben dann ja als einzige Known-Karte den Starter, den er negieren kann. Never fucking mind. Nein, wir sind so oder so, haben wir Play nächste Runde. Egal wie er's tut. Wieso denn jetzt in Death? Äh, weil er, weil wir sonst mit Cypher einfach drüber rennen. Okay, aber warum, aber dann macht der, dann macht der Bounce mit Red auch noch weniger Sinn, wenn er nicht angreifen wollte mit dem Griffin Rider. Ich versteh's ja auch nicht. Dann kann auch die Scythe bouncen oder keine Ahnung. Dürfen wir jetzt Red machen? Oder braucht der, ah, der braucht Link 2, okay. Ja. Dann machen wir jetzt, kann ich über den Starter machen? Nein, weil den negiert er. Oder wir normalen Red einfach, das geht auch. Nein, wir machen jetzt erst 11. Achso, klar, Link 2 geht auch, ne? Ja. Genau, weil dann dürfen wir nämlich Red specialen. So, dann tschüss ihr zwei. Das ist ja auch, hätten wir nicht, never mind. so, jetzt specialen wir Red. Ähm, und dann gibt's von da aus quasi zwei Möglichkeiten. Hm. Äh, wurscht wohin. Äh, jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir aktivieren Jet, äh, 11 und fragen ihn ganz lieb, ob der den Gin Buster zurückholen kann, was eigentlich nicht viel tut. Oder wir overlayn jetzt einfach für den Gigantic und rennen über den, äh, Gryphon Rider drüber, weil ich glaube, das dürfen wir. Sollten wir dürfen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Dann machen wir das. Dann bauen wir jetzt einfach Gigantic und rennen einmal Vollgas über den Gryphon Rider. Weil der Rest stört ja nicht. Ja, klar, die macht nix, die macht nix. Ja. So. So. Und jetzt würden wir gerne mal Gigantic Effekt aktivieren wollen, wenn's recht ist. Äh, klemmt Red up. Klar. Der 11 macht im Friedhof ja nix. Richtig. Den wollen wir eventuell noch wieder beleben. Äh, Special Kit. So, äh, da. So. Und dann die auf die Attack achten. So, dann Starter. Starter. Für, für, für Blue, für Jet. Jet geht dieses Mal Smashers suchen. Ja, weil diesmal ist Starter ja schon raus. Ja. So. Auf die Attack muss man nicht achten, weil du umbringen können wir jetzt eh nicht mehr, weil Battlefaces durch. Ja. So, äh, dann gehen wir mal mit, ähm, Kit und, ähm, Gigantic? Blue, blue, I guess, in, hat der irgendwas Sinnvolles, was wir raus specialen wollen würden? Ne. Ich glaub nicht. Der hat ein Darkness und ein Earth Monster im Grave, ne? Und Gryphon Rider wollen wir nicht wirklich raus specialen, weil dann darf der. Wind. Ähm, ja. Äh, ne, genau, ein Earth Monster, es wäre cool, wenn er ein Earth Monster hätte, so herum, weil dann dürften wir nämlich Keras aus dem Deck specialen. Aber das haben wir nicht. Ähm, genau, dann bauen wir jetzt mal mit, äh, Blue und Kit elf. Jetzt müssen wir aufpassen, nach rechts muss der elf, in die rechte. so, genau, dann würde Kit gerne triggern und Nerval reinlegen. Man kennt das Play hier. Genau, der würde gerne in Fraktal angeln gehen. Dann würde der, äh, elf, weil der hat ja noch nicht in dem Zug gerne das Kit zurückholen. Wir haben noch nicht genormelt. Äh, ja. Ich wollte es mal anmerken. Aber wir brauchen die Materialien im Grave. Jaja. Äh, Kit muss nicht auf eine, muss nicht in der Elfzone, weil das, äh, so. So. Äh, warte, wir müssen mal kurz, wir haben aktuell, nur eins. Wir müssen mal kurz überlegen, ob wir Gigantic und, äh, Jet noch weglinken wollen. Weil, wenn wir Kit aktivieren, dürfen wir sie nicht mehr weglinken. Aber, wir könnten nur den da holen und das bringt uns nicht weiter. Nein, weil den bauen wir, den bauen wir zuletzt. Wir gehen hier für ein, Revolte Play, I guess. Äh, oder? Wobei, warte mal, wenn wir jetzt Early bauen, dann könnten wir mit Kit Double Dragon Lord bauen. Er könnte Token Bounce und damit den Equip Spell killen. You know what? Davon bin ich fast ein Freund. Dann Early. Dann gehen wir jetzt in, dann bauen wir nicht Revolte, ja. Dann gehen wir jetzt Early. Äh, dann geht der, äh, Fractal, muss was reinlegen gehen, weil ich glaube, oder, oder haben wir zwei Sachen im Revolte? nur Nervel, hab grad geguckt. Ja. Ah ja, klar, wir haben uns ja schon unter Shifter standen. Ja. Dann geht Fractal mal ein Keras reinlegen. Ohne den Shifter hätten wir noch ein anderes Kit im Friedhof gehabt, aber haben wir nicht. Und dann gehen wir mit Kit genau für zwei. So, Fractal behalten, das heißt, ihr zwei fliegt raus. Äh, Ceras behalten, da meinte ich Ceras, den Stufe zweier, den Stufe zweier. Ja. So, Double Dragon. Genau. Hier hin. Äh, ja, und der legt dann mal, Kit legt der nicht weg, weil das Follow-Up, der legt die Impom weg, I guess. Wahrscheinlich. Ich finde, der Rest ist alles besser als Impom, also. Ja, und bouncet mal dann den Token. So, wir könnten die auf Null halten. Ist das Impostation oder ist das Permanent? Until End of the Turn? Okay, dann ist es egal. Ja. Ähm, Set Pass. Jo. Okay. Die ist nicht im Friedhof, das ist gut. Okay, das kann man machen. Äh, klar. Äh, wir können mal elf anketten, um mal was wiederzuholen. Äh, namentlich den Red. Genau. Aber man weiß ja nie, was man mal noch für Interrupts braucht. Klar. Was? Ich, ich sehe das Problem nicht, das sind nur drei Interrupts. Vier, wenn man Red dazu zählt. Gegen insgesamt vier Karten, ich sehe, also gegen drei Karten, ich sehe das Problem nicht. Ich weiß, wenn jetzt ein Dark Ruler kommt. Erstmal muss er etwas Discarden. Und das Dark Ruler darf als letzte Handkarte gerne haben, weil dann passiert nämlich nichts mehr. Okay, er hat das Smashers gezogen. Er hat das Smashers, okay. Äh, ja, die Summon hat er. Gönne er sich. Äh. Okay, wir könnten jetzt eins bounceen, damit das andere auf nur runterdrehen. Double Dragon, Double Dragon Lord, send Kit. Und dann, ja. Wir müssen nicht auf die Tag deklarer warten, weil Monsterzahl ändert sich, das heißt, er könnte sowieso dann. Er dürfte sowieso redeklären. Ja. So, tschüss Kit. Mhm. Tschüss du. Ja. Aktivier du. Und dann, aktivier du, dreht den auf null. Ja. 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 Na gut. Dann, GG ein verdammter Typ, man sieht sich beim nächsten Mal. Ja, seine Hand war tatsächlich unlucky. Er hatte halt kein, ähm, er hat halt kein Sprite. Ja. Der hat ja nur Adventure gespielt. Was übrigens der Grund ist, warum ich das Deck nicht so besonders prickelnd finde, weil die Engine addet irgendwie, also, gefühlt tut die Engine nicht viel für den Haufen. Ich verstehe auch nicht, so wenn das... Als Gegensatz zur Twin Engine. Runic zählt mal nicht, weil Runic, das ist ein komplett... Da spielst du ein anderes Deck. Aber die Twin Engine ist meiner Meinung nach viel besser und tut so das Gleiche, weil sie ist kleiner. Es sind Stufe 2 Monster, großer Pluspunkt. Und du, du hast halt irgendwie, du addest halt irgendwie so mehr Draws und Stuff. Und Sprite will halt mehr Draws und mehr Stuff haben und weniger einfach so ein Random Negate. Das ist halt so whatever. Das und ich, was ich auch nicht verstehe, den Dim Shifter, weil ich meine, der tut ihm doch... Er schmühlt doch auch Sprite, der tut ihm doch genauso weh. Nein, ähm, Dim Shifter ist tatsächlich sehr beliebt, weil du, ähm, also gegen solche Decks, weil du kannst halt genug machen. Und du musst ja nicht viel... Du musst ja unter Shifter musst du mit Sprite ja selber nicht viel bauen, damit wir nichts tun. Theoretisch. In der Praxis legen wir immer noch genug hin, aber in der Theorie tun wir unter Shifter so wenig, dass das bisschen, was du mit Sprite unter Shifter machen kannst, reicht. Du kannst ja immer noch Smashers suchen und, äh, und ein Red bauen. Ne? Und wenn du zum Beispiel gegen Tier oder so spielst, die unter Shifter straight gar nichts tun, sondern einfach den Turn zu dir passen, dann reicht das. Ja gut, okay, sehe die Theorie. Die Praxis hat man gesehen. Und es ist ja wahr, dass unser Deck von Shifter mehr ausgebremst wird als seins, weil die Tri-Engine tut unter Shifter mal straight gar nichts. Stimmt, er hat theoretisch noch einfach... Er hat immer noch die Token-Engine theoretisch. Also der, wenn besser gezogen hätte, hätte das durchaus knusprig werden können mit Shifter, aber hat er halt nicht. Na gut, dann die Gier ein verdammter Typ, man sieht sich beim nächsten Mal. Jo, ciao. Bis zum nächsten Mal.